Herzlich willkommen zu einer neuen Mission bei Tropico 5 und zwar Besondere Beziehung lautet diese Mission. Wir müssen Rohstoffe exportieren und uns um unerwartete Steuerzahlungen kümmern. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Wir müssen diese Mission auf der Insel Baobao erledigen. Wir haben ja ganz am Anfang zwei Inseln zur Verfügung gehabt, die Cayo de Fortuna und Bayo Bayo. Da wir aber die erste Mission auf der Cayo de Fortuna erledigt haben, müssen wir jetzt nun hier auf der Insel Bayo Bayo weitermachen. Jetzt bin ich mal gespannt, was mich hier erwartet. Achtet vielleicht mal darauf auf den Ladebildschirm. Da stehen unten immer so ganz nette historische Texte. Das ist immer ganz witzig. Über irgendwelche Herrscher, zum Beispiel den nordkoreanischen Herrscher oder irgendwelchen anderen Herrschern. Das ist immer ganz witzig, was da so drin steht. Ob das jetzt nun wirklich wahr ist? Na gut, das kann ich nicht beurteilen, aber lest euch das mal ein bisschen durch. Manche davon sind echt so, wo man das so denkt, so echt jetzt? Das ist ja cool. Und bei manchen denkst du so, okay, der hat da mal richtig ein paar Schrauben locker. Also einfach mal darauf achten. Wir starten jetzt hier auf der Insel Bayo Bayo. Endlich etwas Anerkennung. Ich wollte immer schon zu einer Geheimorganisation gehören, deren Ziel die Weltherrschaft ist. Sie haben mich sogar zum Gouverneur einer neuen Insel gemacht, um zu zeigen, wozu sie fähig sind. Nun wird es Zeit für das Einstandsritual. Meine neuen Brüder wollen, dass ich mich mit dem US-Präsidenten anfreunde. Der Orden will seinen Einfluss in Amerika ausweiten und hat mich ausgewählt, ihm dabei zu helfen. Mich mit den Yankees anzufreunden, liegt mir nicht im Blut. Aber sicher werde ich das im Nullkommanichts drauf haben. Willkommen auf Ihrer neuen Insel, mein Schüler. Der Orden will, dass Sie die Freundschaft des US-Präsidenten gewinnen. Ihr Freund Penultimo könnte dabei helfen. Er weiß, wie man jedem im Nu unter die Haut geht. Okay, dann schauen wir mal, was müssen wir dafür tun, um die Freundschaft zu gewinnen. Okay, erstmal müssen wir 5000 Dollar mit Exporten verdienen. Das sollte ja wohl eine leichte Übung sein. Zur Belohnung winkt uns ein Besuch des US-Präsidenten auf Tropico. Da bin ich mal gespannt. Okay, dann legen wir mal los. Was brauchen wir denn? Wir haben ein bisschen schon was gelernt hier aus der letzten Mission, was man so bauen könnte oder müsste. Natürlich, eine erfolgreiche Herrschaft kann nur funktionieren, wenn man sich auch ein bisschen um seine Untertanen kümmert oder untertan ist ein bisschen falsch ausgedrückt. Aber letztendlich ist es doch das hier. Das sind einfach die Arbeiter, die Gesellschaft. Genau, die Gesellschaft, Gutes für die Gesellschaft tun, dann werden wir auch ein guter Herrscher. Und da fangen wir doch vielleicht gleich mal ein bisschen an, beziehungsweise schauen wir uns erstmal ganz kurz nochmal die Missionen hier an. Und ja, wir müssen alles nochmal von vorne hier erforschen. Also auf jeder Insel fängt man quasi von vorne an, hat seinen eigenen Fortschritt. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal alles durch erforschen bis zu dem Zeitalter Weltkriege. Und wie gesagt, hier Zeitungen können wir zum Beispiel jetzt nicht bauen oder auch hier das Haus. Das könnten wir jetzt theoretisch auf der Cayo de Fortuna bauen, aber das sind wir jetzt gerade nicht. Wir sind hier auf der Insel Bayo Bayo. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal, was wir hier so für Missionen haben. Hier oben, das kann ich mir fast schon vorstellen, was das ist. Grüße, mein Lieber. Ich habe heute einen guten Handel für Sie. Als Vertreter der Krone kann ich Ihnen Ihre eigene Handelslizenz anbieten. Ja, genau, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Das werde ich jetzt aber nochmal ein bisschen aussparen. Seine Majestät hat einen äußerst raffinierten Plan ersonnen, um unsere Feinde in die Knie zu zwingen. Wir schicken Ihnen Nahrungsmittel. Und sind Sie erst faul und fett geworden, erobern wir Ihre Länder. Okay, das ist ja mal ein interessanter Plan. Ob das schon mal je funktioniert hat? Ich bezweifle das doch. Na gut, okay, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall eine Rinderfarm bauen, dann wird unser Mandat verlängert. Also wie ja schon mal erwähnt, wir müssen jetzt hier nochmal alles von vorne machen. Wir sind jetzt hier nochmal nur im Auftrag der Krone unterwegs. Und aus der, sage ich mal, Beziehung wollen wir uns jetzt erstmal hier befreien, aus dieser Kronenbeziehung, dass wir wieder selbstständig sind. Das geht mal noch hin. Unabhängigkeit, wie gesagt, haben wir die Königstreue und Revolutionäre. Also das ist, wie gesagt, jetzt 1 zu 1 nochmal das vom letzten Mal. Und jetzt bauen wir hier einfach mal, wie gesagt, nur die wichtigen Hauptmissionen, die sind natürlich anders. Aber ansonsten ist das jetzt hier erstmal 1 zu 1 dasselbe. Okay, also eine Rinderfarm machen wir hier. Die produziert Milch und Fleisch. Das ist doch schon mal gut. Gut, so dann, ja, stecken wir doch einfach gleich mal hier hin, gleich am Transportzentrum. Da fällt noch eine kleine Straße lang. Und jetzt muss ich überlegen, war das nicht so, dass die Rinderfarm Zulieferung brauchte von Mais? Kann das sein? Das weiß ich jetzt gerade echt nicht. So, hier die Forschungen, können wir schon mal einreihen. Und dann würde ich sagen, bauen wir auch gleich mal eine Bibliothek hin. Ich bin einfach nicht so der, der jetzt immer auf die ganzen Missionen wartet. Wahrscheinlich würde jetzt dann schon demnächst eine Mission kommen, die sagen würde, hey, baue mal eine Bibliothek für deine Untertaten. Aber ich ergreife jetzt hier einfach mal selber die Initiative und stehe hier mal in die Bibliothek hin. Okay, so. Hier muss die Hütte hier leider weichen. Natürlich eine katholische Mission werden wir auch noch hinstellen. Aber eins nach dem anderen. Wir wollen ja vorrangig erstmal schauen, dass wir hier die Geschichtsmissionen erfüllen. Aber dabei wollen wir natürlich auch schauen. Wir werden, glaube ich, auch immer wieder auf diese Inseln hier zurückkehren. Das heißt, wir wollen natürlich für folgende Mission eine stabile Wirtschaft haben, damit wir eben keine allzu großen Geldprobleme kommen werden. Und ja, gut, da muss man einfach noch ein bisschen was dafür tun, dass diese Wirtschaft hier auch mal ins Laufen kommt. Können wir hier mal nur so einfach mal eine zweite Rinderfarm hier hinstellen. Da haben wir gleich zwei. Komm, doppelt hält besser und produziert auch natürlich auch doppelt so viel. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Perfekt, super, okay, dann könnten wir jetzt, was machen wir damit? Wir haben ja genügend Arbeiter, würde ich erstmal sagen. Machen wir doch einen Staatskassenzuschuss wieder, oder? Das war ja so ein bisschen immer das Problem in der letzten Folge, dass wir nicht so mit dem Geld hoch zu Rande gekommen sind. Hier läuft jetzt übrigens gerade der Präsidente herum. Und dabei fällt mir eigentlich gleich mal ein, wir können ja mal schauen, haben wir irgendwelche Manager schon hier? Jawohl, hier zum Beispiel den Geldmacher. Budget steigt um 5%, gestohlenes Geld fließt auf Schweizer Nummernkonto, erhöht die Schönheit oder die Hotelleffizienz. Ich würde sagen, ich würde gerne vom Palast die Schönheit erhöhen. Können wir schon mal machen, dann fühlen sich die Leute gleich ein bisschen wohler und da haben wir auch schon eine neue Mission. Technischer Fortschritt ist ein Weg zur Autonomie, Gouverneur. Wir brauchen mehr Wissenschaftler, die über wichtige Dinge nachdenken und Neues entdecken. Ja, meine liebe Evita, da bin ich dir jetzt schon ein kleines bisschen voraus. Zum Glück habe ich das noch, ja, zum Glück hat das eigentlich gerade wirklich so gepasst. Aber gut, andererseits hätte ich die Mission dann natürlich nicht bekommen, oder? Hatten wir auch schon in der letzten Folge, ja, okay, gut, dann habe ich halt einfach gleich zwei Bibliotheken stehen gehabt. Beschleunigt natürlich die Forschung, das ist klar, aber es ist halt einfach absolut nicht notwendig. So, da bauen wir jetzt nochmal zwei Landhäuser hin. Das ist nochmal schön Platz für acht Familien. Und dann verbinden wir das wieder. Schön müssen dafür nun leider ein paar Hütten abreißen, aber die Menschen werden es verschmerzen. Die bauen da hier gleich neue Hütten hin. Und man sieht auch, da wo die Leute arbeiten, hauptsächlich dort platzieren sie ihre Hütten. Also wenn einer hier arbeitet, wird er seine Hütte nicht hier hinstellen. Dann können wir dann auch mal sehen, okay, da ist es notwendig, wirklich vielleicht nochmal ein paar Leute, beziehungsweise ein paar Wohngebäude hinzustellen. Wäre wohl echt nötig. So, Forschung läuft auch an. Perfekt. Und hier kommt auch schon, jawohl, die ersten Exporte 2100. Mehr wird es wahrscheinlich nicht mehr werden, aber beim nächsten Mal haben wir dann die 5000 geknackt. Steht schon mal fest. Und jetzt muss ich nochmal schauen. Inländischer Nahrungsverbrauch, 32. Okay, also die Rinderfarm, die verbraucht natürlich auch Nahrung, die wir hier herstellen. Und das ist meines Wissens nach hier die Maisplantage. Da müssen wir also schauen, dass wir da vielleicht dann auch wieder rechtzeitig was hinstellen. Wie gesagt, ich glaube, das ist die Maisplantage. Aber gut, schauen wir mal. Jetzt haben wir erstmal hier wieder eine andere Mission. Phase 1 des Plans seiner Majestät hat begonnen. Alle Kolonien müssen Nahrungsmittel an unsere Feinde exportieren. Alles klar, dann machen wir das mal, damit die Leute richtig faul und fett werden. Ich bezweifle immer noch, dass der Plan funktioniert. Ich habe den Penultimo jetzt einfach weggeklickt, weil das kennt man ja schon die Forschungstexte. Das sind jetzt hier immer dieselben. Da hat man sich jetzt nicht so viel. Und wir haben ein bisschen Geld übrig. Da leiste ich mir doch hier einfach gleich mal noch eine nette katholische Mission. Die Frage ist nur, wohin damit? Am besten natürlich in der Nähe der Leute, damit die auch alle was davon haben. Ja gut, wir können sich hier hinstellen gegenüber des Palastes, damit der Präsident da auch immer schön schnell hinkommt. Wenn er was zu beichten hat, er hat natürlich nichts zu beichten. Aber wenn, dann könnte er theoretisch. Und es hilft uns natürlich auch hier die Zufriedenheit natürlich schnell nach oben zu schrauben. Das ging das letzte Mal ein bisschen langsamer, weil wir immer auf die Missionen haben gewartet. Aber diesmal versuchen wir das ein bisschen zu pushen. So ein bisschen mehr diesmal, ähm, auch vielleicht mal eine Insel, die Insel zu erforschen. Wobei das glaube ich später sogar wegfällt. In irgendeinem Zeitalter, wenn man das erreicht hat, dann ist die Insel automatisch komplett erforscht. So, nächster Auftrag höre ich doch schon. Die Unabhängigkeit muss das Ziel jedes Bürgers von Tropico sein. Aber wir können nicht mit leerem Magen für die Revolution kämpfen. Dann müsst ihr auf die anderen Inseln umziehen, weil da exportiere ich gerade alle Nahrung hin. Aber okay, gut, was soll man tun? Wir sollten einen kleinen Laden hinstellen. Der kleine Laden hier, der verteilt die Nahrung an die Bürger in der Nähe. Ist also auch sehr, sehr notwendig. Das heißt, wir bauen, ja, wir bauen das Ding hier, bauen wir den hier hin, den kleinen Laden. Dann können wir nämlich jetzt hier, da nämlich auch schön, die Straße durchziehen. Und hier auch. So, und dann machen wir hier auch wieder zu. Das soll ja wirklich alles schön sein. Hier können wir vielleicht noch ein paar Parkanlagen oder später dann natürlich auch vielleicht ein paar, beziehungsweise theoretisch könnten wir das jetzt auch schon, Wachtürme hinstellen. Aber noch brauchen wir die nicht. Die werden später noch sehr, sehr wichtig werden. Okay, die Farmverbesserungen sind auch erforscht, sehr schön. Schaffen wir die 5000 noch? Governor, die Leistungskraft von Tropicos Wirtschaft ist höchst bemerkenswert. Es sieht fast so aus, als wollten sie mich persönlich damit herausfordern. Okay, der US-Präsident kommt in einem Monat. Und wir werden immer mit Gouverneur angesprochen. Also irgendwie habe ich es, glaube ich, nicht mit den Anreden. Dann sind wir halt der Governor und nicht der Präsidenten. Bei Governor muss ich nur immer an Walking Dead denken. Ich weiß auch nicht. Na gut, egal. Also, der US-Präsident kommt in einem Monat. Kein Problem. Das dürfte ja gleich soweit sein. Schauen wir mal, was der hat. Der will bestimmt auch nur wieder was von uns. Liebe geht durch den Magen. Doch der schnellste Weg, um Freundschaft zu schließen, sind ein paar starke Drinks. Deshalb erscheine ich nie ohne eine Flasche in Ihrem Büro. Ach so kann man dir... Okay, das werde ich das nächste Mal meinem Chef auch erzählen. Wenn ich mit einer Flasche Bier ins Büro laufen sollte. Nee, Spaß. Was sollen wir machen? Wir sollen drei Wetten gewinnen. Und dann wird der US-Präsident unser Freund. Okay, was sind denn das für drei Wetten? Da bin ich jetzt mal gespannt. Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Okay, erstmal ihr wieder was gehst. Für die haben wir noch den kleinen Laden gebaut. Ich würde vorschlagen, wir schnappen uns hier mal drei gebildete Bürger. Die können wir immer gebrauchen. Aber ich bin jetzt echt auf die Wetten gespannt. Okay, ich bin ganz ohr. Aber ich wette, dass sie es nicht schaffen, Agrarprodukte mit all den Steuern und Reglementierungen ihrer Krone im großen Stil zu exportieren. Aha, okay. Also wir sollen 10.000 Dollar mit Agrarexporten verdienen. Wir gewinnen dann damit die Wette und erhalten eine Belohnung von den USA. Auf die Belohnung bin ich ja mal gespannt. Okay, Agrarexporte. Um die besten Speisen im Königreich zu finden, hat der König einen königlichen Kochwettbewerb organisiert. Wir müssen ihm zeigen, dass Tropicos Küche ohne Gleichen ist. Okay. Wer soll am Kochwettbewerb teilnehmen? Ein Familienmitglied. Nahrungsexportpreise steigen um 10%. Das heißt, wir würden mehr Geld machen. Wäre ganz gut. Gut, penultimo, Mandatsverlängerung um 6 Monate oder ihr Leibkoch Unterstützung durch Revolutionäre steigt. Huh, das ist jetzt schwierig. Machen wir Familienmitglied, oder? Nahrungsexportpreise steigen, das hilft uns für die Wette. Machen wir das. Und dann schicken wir hier Brigida Perez hin. Schauen wir mal, wie gut die uns vertreten wird. Und währenddessen müssen wir jetzt, wie gesagt, wir müssen hier ein bisschen was für Agrar tun. Jetzt ist die Frage, Agrar, da zählt die Farm eigentlich nicht dazu. Nein, das dürfte jetzt tatsächlich hier nur die Plantagen betreffen. Und ja, dann schlage ich einfach vor, bauen wir doch hier mal wieder eine Zuckerplantage an. Na, nicht hier vielleicht, vielleicht ein bisschen, ja hier, müssen wir später aber das noch auf jeden Fall ändern. Und dann so nah am Palast möchte ich eigentlich keine, keine Plantage haben. Das soll ja später mal eine große Stadt drum umbaut werden. Aber das könnte man vielleicht jetzt hier erstmal am Anfang machen. Müssen wir dann halt später mal nochmal alles abreißen. So, bauen wir hier gleich zwei davon hin. Und dann verbinden wir das Ganze natürlich noch hier. So, sehr schön. Wir wollen die Wetten natürlich schnell durch. Und ich will jetzt auch nicht allzu viel Zeit hier irgendwann in einer Mission verbringen. Und ich möchte das natürlich schon ein bisschen vorantreiben. Tja, die Krone hat beschlossen, in Tropico eine Grundsteuer zu erheben. Meine Freunde im Amt sagen, dass Isla Roja dahinter stecke. Ich weiß nicht, wie sie davon profitieren. Doch wir werden mit Sicherheit darunter leiden. Ach komm, das ist ja gemein. 50 Dollar Grundsteuer pro Gebäude. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Oh, okay, das wird schon teuer. Die Frage ist, ob die Hütten auch dazu zählen. Aber ich hoffe es mal nicht. So, Bergwerke haben wir jetzt auch hervorgestellt. Könnten wir jetzt theoretisch auch verdammt gut Geld machen mit Eisen zum Beispiel. Aber ich glaube, das können wir nicht einmal verarbeiten. Wir haben zwar Bergwerke, aber es wäre halt jetzt blöd, das jetzt schon zu verkaufen. Guck mal, das werden wir später auf jeden Fall noch brauchen. Für die Schmuckfabrik zum Beispiel oder Elektronikfabrik. Konservenfabrik? Ne, das glaube ich nicht, aber Stahlwerk wird das brauchen. Aber hier, Molkerei. Das wäre eine gute Idee. Stellt aus Milchkäse her. Das ist gut. Das ist gut. Das machen wir doch gleich. Wo stellen wir die nur hin? Wo stellen wir die nur hin? Machen wir hier. Okay, da ist gut. Und nächste Mission. Presidente, wie Sie wissen, sind Sie es, der Tropico zusammenhält. Ohne Sie würde die Insel zu Staub zerfallen und für immer verloren gehen. Ah, ein neuer Erbe kann gefunden werden. Okay, das letzte Mal hatten wir den Armdruckwettbewerb. Dann würde ich doch diesmal Wettbewerb im Synchronschwimmen vorschlagen. Nach der Geburt des Erben schwiegen alle Tiere. Ein Lichtstrahl brach durch die Wolken und der Chupacabra persönlich kam zur Krippe, um sich vor dem Baby zu verneigen. Jedenfalls werden wir das in die Geschichtsbücher schreiben. Oh, das sind diesmal drei sehr gute Eigenschaften. Der Bankier gewährt ihr jährliches Einkommen von 100 Dollar. Der Vorarbeiter, globale Effizienz von Produktionsgebäuden steigt um 1. Oder der Mentor, Schüler und Studenten machen ihren Abschluss 10% schneller. Hm. Ah, dann machen wir lieber Vorarbeiter. Globale Effizienz von Produktionsgebäuden, das hilft uns, glaube ich, später ganz gut. Meine Schüler und Studenten machen ihren Abschluss 10% schneller, theoretisch auch. Aber machen wir Vorarbeiter, weil Vorarbeiter bringt uns jetzt schon was. Und wir haben Celino oder Chilino Perez. Interessante Frisur hast du da. Kann man das noch ändern? Nein, das doch kann man sogar ändern. Okay, wie soll denn Chilino ausschauen? Hm. Da könnten wir uns jetzt natürlich wieder überlegen. Hier ein nettes Outfit. Nein, nicht Diktator, das haben wir schon. Vielleicht ein Smoking. Oder, ja, machen wir Smoking. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und natürlich auch wieder Schwarz. Aber die Frisur, die muss weg. Und dann... Ja, der könnte schon ein bisschen hipper aussehen. Er ist ja vielleicht ein bisschen jünger noch. Können wir mal überlegen. Ja, so zum Beispiel. Das ist doch okay. Und der kriegt auch eine Brille. Die Familie liebt Brillen. Es geht nichts über Brillen. Tabakpfeifen. Oh, das wäre auch eine Idee. Zigarre, Schnuller. Pappnase, Tauchermaske. Nee, Schnorcher. Ui, was ist da aber alles Tolles gibt, hä? Nee, machen wir hier Filmstar. Wie gesagt, die Familie Perez steht auf Sonnenbrillen. Sie haben gehört, das soll ziemlich elegant und... Ja, seriös wirken. Und so ein bisschen... Nein, nicht autoritär, aber... Ja, Respekt. So ein bisschen Respekt einfließen. Drum hat das Familienoberhaupt einfach gesagt, jeder muss da eine Brille tragen. So, und dann haben wir jetzt hier Kilino Perez. Nun an unserer Seite. Außer die Frauen. Die Frauen, die müssen natürlich keine Brille tragen. Das... Mist, da fällt mir jetzt keine glaubhafte Argumentation ein, aber da wird mir schon einfallen. Mist, ich wusste nicht, dass die nichts hat. Aber die kann ich ja noch verändern. Die könnte ich ja theoretisch anpassen. Vielleicht ist sie einfach nur lange genug damit durchgekommen. Und jetzt hat es eben halt der Kaviar Perez gesehen und hat gesagt, hey, entweder ziehst du jetzt eine Brille auf oder du gehst. Die Leute können... Parce... Sage... geschossen.